In der Klinik für Innere Medizin 3 sind wir ein wachsendes und innovatives Team. Wir entwickeln gemeinsam und interprofessionell, wirklich berufsgruppenübergreifend, innovative, zukunftsweisende Therapiestrategien für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir sind Teamplayer und zeichnen uns durch die gute Struktur und die gute kollegielle Zusammenarbeit aus. Untertitelung des ZDF, 2020